Hanno Kipp Bedachungen. Ihr Spezialist für Zimmerei und Dachdeckearbeiten aller Art. Haben Sie hohe Heizkosten? Wollen Sie neue Zimmer unter dem Dach oder Strom von der Sonne? Rufen Sie Hanno Kipp. Er und seine sieben Fachleute übernehmen alle Dacheindeckungen, alle Isolierarbeiten, auch mit Zellulose und Hanf, alle Spenglerarbeiten und Zimmereiarbeiten. Und Sie bauen Renovierungsfenster ein und Photovoltaikanlagen. Absolute Präzision führt zu guten Resultaten und zu zufriedenen Kunden. Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen eine transparente Offerte. Wir übernehmen auch Bewilligungsverfahren und den Antrag auf den Klimarappen. Hanno Kipp Bedachungen. Tradition und Fortschritt. Qualität aus gutem Haus.